Stevie Hiroki und Leo trainieren mit Ball Kapitän Steven Chirundolo, Hiroki Sakai und Leonardo Bittencourt haben am Vormittag wieder mit dem Ball trainiert. Zwar konnte das Trio noch nicht mit der Mannschaft trainieren, aber die individuelle Trainingseinheit hat sichtbaren Spaß gemacht. Ganz nah bei den Torhütern 96TV schaute beim Vormittagstraining den drei Torhütern Ron-Robert Zieler, Markus Miller und Konstantin Furi über die Schulter. Zusammen mit 96-Legende Jörg Siefers trainierten die drei Keeper abseits der Mannschaft. Slomka erkundet Stegersbach. Chefcoach Mirko Slomka erkundet nach beinahe jeder Trainingseinheit auf dem Mountainbike die Region und genießt die Touren. Ja, es ist natürlich deutlich hügeliger als jetzt in der Steiermark, wo wir waren. Also gerade hier die Gegend, das ist ein sehr schönes Regier, was uns hier geboten wird. Und es gibt extreme Anstiege, trotzdem, auch wenn es hier nicht so spitze Berge gibt, wie man sich das vielleicht bei der Tour de France so vorstellt. Aber es ist wirklich brutal manchmal, wie lange sich das hinzieht. Und da kann ich auch nur den Hut ziehen vor den Radfahrern bei der Tour de France oder bei anderen Rundfahrten. Aber es macht riesig Spaß, mit unseren Mountainbikes loszuziehen und ein bisschen die Gegend zu erkunden. Es ist sehr schön, es ist einfach eine tolle Landschaft, die man genießen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017